Hier ist durch die gegend laufen das beste prinzip was man machen kann, weil dann kommen die vielleicht da rein Oh Alter das war knapp Okay wo kommst du raus da kommst du raus und du hast sie erwischt wie geil ich habe keine bombe schade Also ich dachte das sind blimstone spinnen wir haben schon wieder was abgekriegt aber haben keinen schaden bekommen Ich weiß nicht welches item dafür zuständig ist aber ich liebe das item Eigentlich kann ich da das ding machen lassen Wir gucken jetzt mal diesem ding zu ob es das schafft Gau 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 los werfe ein auge auf sie Das schaffst du das schaffst du das schaffst du schaffst du schaffst du schaffst ja doch Nein nein das ist mir zu langsam Wir tun ganz schön wieder bei diesem Ich weiß nicht wie viele von den schlägenden haushalten Na gut boss chubby ok Das ist doch geil warte mal ja genau super Ja ja ziehen ruhig was ab egal Du bist mega schnell tot junge Das ist die perfekte kombination für shabby Perfekt für shabby echt das ist perfekt BAM HP ab und regeneration Diese herzen guckt euch diese herzen an Hätte ich jetzt dieses fiefers herzen auf seinem und sohn hat gibt es ne gibt es Das wäre jetzt der so der raum gewesen Nein stadt komm rein Ähm ok 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 Aber das ist halt weh Was für ein gemeiner raum eigentlich Na du agro fledermaus komm her Bombe Summo Ok 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 an zwei zwei das ist nicht schlecht Wir können mal gucken was damit erreichen können Eherto Ok Okay. Komm her. Sehr schön. Jetzt ist das Auge tot. Okay, einen Conny kriegt man. Conny? Warum sage ich eigentlich immer Conny? Das heißt eigentlich Conny. Ich bin ein Conny bei uns. Jeder Let's Player hat so seine coolen Fremdbegriffe für irgendwas. Das ist bei uns jetzt ein Conny, ne? Ein Conny. Lemon Party. Okay, wir sehen jetzt, was wir einnehmen. Das ist sehr schön. Das sehe ich als... Oh, eigentlich kann man ja theoretisch... Theoretisch muss man einfach nur laufen. 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 So. Echt jetzt? Warte mal. Warum haben wir jetzt nicht so laut bekommen? Ich möchte es nicht drauf anlegen. Ich habe gerade überlegt, ob ich es drauf anlege, aber... ...ungehend, aber das Walze verwirrend. In dem Raum ist unser kleines Äuglein perfekt. Oh. Das war unerwartet. Langsam sollte doch mal einer tot gehen hier, oder? Was halten die alles aus? Oder wie viele sind das? Fragen über Fragen. Okay, da haben wir wieder einen Plagg gemacht. Wie viele gibt es noch? Dichter anscheinend nur noch. Wo? Ah, super. Um zu fliegen, glaube ich, habe ich auch kein Problem damit. Halbes Herz ist nicht so unbedingt das, was ich brauche. Oh, komm mal her. Obwohl, jetzt kann man theoretisch eigentlich mal... ... ... ... ... ... Oh, alter, 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 alter. Ho, 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 ho. Gut, dass wir vorher noch mal Conny reingesteckt haben. Uuuuh, warum sag ich mal Conny? Es ist ein Conny bei uns, haben wir ja schon gesagt. Super geil, ich liebe dieses Auge. Das Auge ist cool. Nicht so wie Bob's Brain, was einfach ziellos vor deiner Nase explodiert. Und er sagt, jau. Oh, 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 oh Aua, das muss jetzt nicht sein. Uh, das war knapp. Komm her. Okay, komm her, komm her, komm her. Jawohl, der ist auch tot. Und es läuft hier unten. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein, glaube ich. Oh, der hat mich erwischt. Okay, den Conny brauchen wir nicht unbedingt, das ist egal. Oh. Oh, danke euch. Aua. Oh, wir haben nicht mal einen Schaden gekriegt, glaube ich. Die sind super, die Leute, Jungs. Was ist das? Okay, The Fallen. Laserstrahlen waren, glaube ich, seine hässliche Attacke. Du kannst da Laserstrahlen schieben, das weiß ich genau. Das war ungeplant, ungewollt. Oh, das war jetzt auch ungeplant, ungewollt. Ja, das ist alles durch, was du was Gutes. Damage up. Und mehr riskiere ich jetzt auch nicht. Na super, das kann ich wieder anfangen, von vorne. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ja, Laserstrahlen war doch klar. Ich wusste, dass du sowas kannst. Okay, er kann rennen. Er kann Laserstrahlen schießen. Ja, das war jetzt klar. Er kann rennen, er kann Laserstrahlen schießen. Ich bleib da auch noch drin stehen. Rennen, Laserstrahlen und Doppelattacke. Okay, merken, 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 merken. Oh, zweite vorn. Und die haben anscheinend dasselbe drauf. Ich hoffe, die können keine Laserstrahlen schießen. Bitte sag mir, dass die keine Laserstrahlen schießen können. Die können Laserstrahlen schießen. Oh, Alter, ich hasse euch. Lass mich in Ruhe. Pisser, stirb doch endlich mal. Alter, ich bin unvorsichtig, aber wie unvorsichtig. Was für ein Penner. Wie die mich einfach zerruppen. Blöd Laser Barrage. Ach, nee. Na gut. Auf und siehste Level. Ich hasse The Fallen, ey. Das ist ein Vieh. Aber andererseits hast du, glaube ich, so ziemlich jeden Boss in dem Spiel. Okay, mal schauen, was da drin ist. Bäm. Ah, fick dich. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das war jetzt, das war so eine optische Täuschung. Kennt ihr das? Okay. Alles hier doch so bei denen. Okay, gut. Gefällt mir. Warst du schon? Ach so, okay. Halbes Herz. Was genau kann ich hier bei denen sprengen? Das bin ich mir immer noch nicht sicher so genau. Weil die... Ich sehe da immer ein Herz drauf bei denen. Das sieht irgendwie anders aus wie Steine. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht sagen. Oh, okay. Schnell den letzten noch. Wir haben auch keinen Schaden gekriegt. Sehr schluss. Es ist 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 es ist. Ich bin jetzt echt... Oh, warum bin ich jetzt reingerannt? Okay. Ich muss echt aufpassen wenn du laser... der macht zwar gut Schaden und ich treffe natürlich dann auf jeden Fall auch eine menge. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber das kann er ja auch. Guck mal, das kann ich auch. Wir können dasselbe, wir sind so toll. Okay. Oh nein. Komm schon, warum muss das jetzt sein? Wir waren so gut. Nein, warum habe ich die Tente aufgeladen? Sehr schön. Okay, das sieht gut aus. Und er ist tot. Bäm, hab ich ab, komm. Jawoll. Na, nimm. Okay, das war super. Aber ich will den Rest der Ebene noch machen. Ihr kennt das ja bei mir. Ich will eigentlich immer den Rest der Ebene machen. Okay. Läuft super. Gut. Ich mag die Laser-Anschreibung ein bisschen, muss ich gestehen. Okay. Was ist denn mal hier drin? Was bist du denn? It's a box of spiders. Ah, cool. Die habe ich gemocht, die Box. Okay. Okay. Ja, komm. Nein, was? Okay. Nicht schlecht. Bäm, double shot. Okay. Das war nicht schlecht. Das hat mir gefallen. Was haben wir hier noch drin? Jetzt bringt bei dir nichts. Ja, komm. Ja, komm. Okay. Äh, was haben wir hier? Moment. Klack. Nichts und klack. Auch nichts. Na gut. Dann haben wir hier drüben, da waren wir schon drin. Okay, ich glaube, es wäre noch zwei Räume hier. Oh, ich bin so blöd. Ich glaube, es fehlen noch zwei Räume jetzt gerade. Was macht der Weiße? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist der unantastbar. Und so lange, wie die anderen nicht tot sind. Okay, jetzt ist er unantastbar, genau. Oh. Könnte ich ja eigentlich mal die Spinnbox benutzen, ne? Jo, bitte. Immer noch nicht tot. Okay, super. Dann haben wir es mal hier. Und oh. Oh, oh. Und super. Das ging einfach, das ging ja nicht einfach gerade. Sprengen wir mal hier kurz weg. Bams. Oh, Goathead. Nehme ich mit. Jetzt bekommen wir auf jeden Fall immer Devil Deals. Das ist schön. Ich gehe immer auf Devil Deals. Aufhören. Hässige Viecher. Hässige Viecher. Hässige Viecher. Super. Jetzt also rein theoretisch müsst ihr hier in den Raum sein. Das sieht sehr nach Raum aus. Ja, oder auch nicht. Okay, da drüben ist noch ein Raum. Den nehmen wir auch noch mit. Ähm. Hier lang. Ähm. Bams. Nein, warum, warum da drauf? Warum? Okay, gut. Wir haben jetzt das, wir haben jetzt den gemacht. Ich glaube, da war noch ein Raum. Da war ja noch ein Raum, Alter. Da war ja noch ein Raum. Ich glaube, da war ja noch ein Raum. The Hermit. May you see irgendwas. Wow, und da ist ja noch ein Raum. Hey. Ach du Scheiße. Okay. Ähm. Ja, da haben wir jetzt halbes Herzabgut. Ich glaube, das kriegen wir hier oben wieder. Genau, da ist noch ein ganzes. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das hier auf der Sebene? Ich glaube, den Boss haben wir auch schon gemacht. Geh? Ja, Boss haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ähm. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ab in die nächste Ebene. Alter, what the fuck. Weißt du, wie lange die Aufnahme wird? Weißt du, wie lange die Aufnahme wird? Momentan sind wir bei 1 Stunde 15. Das geht noch. Das ist geil bei den Viechern, weil dann kann ich die Blatt machen, ohne dass sie mich an katapultieren können. Kann man denn hier, ich probiere es einfach mal hier zu sprengen. Ich versuche es dort zu sprengen. Interessant. Das muss ja nicht sein, oder Leute? Das ist ja... So ein bisschen Viecher. Ich glaube, die können alles, aber ich bin besser. Oh! Es ist Block, der uns jetzt gar nicht so viel bringt eigentlich. Weil wir haben ja eh schon dieses Block. Von daher, warum sollten wir das nehmen? Okay. Was haben wir hier? YOLO! Was bist du denn? More Trinket Room. Mams Prush. Okay. Wir haben 16. Wir könnten die eigentlich alle da oben einzahlen. Ich laufe es mal weiter und schaue mal. Ob wir die einzahlen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier runter. Jawoll, Baby! Ach komm schon, echt jetzt? Habe ich jetzt echt Leben verloren? Habe ich jetzt wirklich Leben verloren? Ich glaube es nicht. Okay. Wenn man die sprengen könnte, hätte man einen Vorteil. Aber leider schaffe ich das glaube ich nicht. Okay. Eins ist tot. Zwei sind tot. Drei sind tot. Okay. Brauchen wir gar nicht. Oh doch, kann man nehmen. Warte mal. Eins. Zwei. Oh, ich liebe dich. Ich liebe dich, Maschine. Bin der muss auch mal ein paar mit. Stopp. Ah, ich wollte die Luft jagen, aber egal. Haben wir mal. Konni verschwendet dafür, ist auch egal. Ah, Moment. Nehmen wir das mal ganz kurz mit. Dann... ...gehe ich mal ganz kurz in die anderen Räume. Und dann erzählen wir mal... Ich bin zu blöd. Und dann erzählen wir mal kurz, wie viele Herzen wir noch bekommen. Wir bekommen hier noch... ...ein Halbbiss. Ah, wenn wir live Regeneration. Stimmt. Wie hart. Okay, da haben wir noch ein Herzchen. Gehen wir mal hier rein. Komm, gehen wir mal hier rein. Das war... ...jetzt nicht unbedingt schlimm, aber... ...must jetzt nicht sein. Herzchen kriegen wir wieder. Ach, Herzchen. Hammer. Ah, okay. Aber... Wo kommt das jetzt her? Manchmal frage ich mich echt, wo das... Aber... Ich meine, es stirbt mich jetzt nicht, aber... ...seltsam ist es manchmal schon. Ähm... Hm... Hm... Dann noch hier drüben in den großen Raum. Oh, schön. Einfach drauf und aus der Entfernung... ...must jetzt... Wie geil. Von hinten so... Bläh! So, Geld. So, Geld, Geld. Herzchen habe ich außerdem aufgesammelt, das wollte ich gar nicht. Machen wir da drüben noch. Bäm, dann haben wir da drüben noch. Bäm, auch nichts mehr. Schade. Was haben wir denn hier? Okay, das ist eigentlich ziemlich easy. Na, komm her. So, hallo. 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 So. Ähm, ich finde hier nie, da müssen doch irgendwo X dran sein. Ich raff das nicht. X, X, X. Bzw. sagen, der ganze Raum hat keinen einzigen Stein, der sinnvoll ist, oder wie? Anscheinend nicht. Na gut, dann, äh. Aber. Kann ich auch. So laut. Ach, komm schon. Na gut, wir gehen erst mal hier runter. Den Bossraum würde ich natürlich noch nicht machen. Also, wie riesig diese Stage. Wie riesig diese Stage. Da haben wir noch ein Herz, das wir noch annehmen können. Das war close. Da haben wir noch ein Herz, das wir nehmen können. Also, anderthalb Herzen noch. Ich glaube, ich mache es bei dem Bossraum jetzt, weil, ähm, dann können wir entscheiden, wie viele Herzen wir noch an den Dealer geben da unten. Bäm. Bäm. Ach, das ist marm. Okay, ruhig, 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 ruhig. Ich komme hier nicht raus. Ah, es hat behindert. Es ist behindert. Okay, ganz ruhig, wir müssen die Mutter erwischen. Wo ist er? Sehr geil. Okay, komm schon. Autsch. So hart, nehm ich. Das war klar, dass ich da nicht rauskomme. Hör auf damit. Böse, Mama. Jawohl. Ja, Mama, die hat's gemacht. Ja, Mama, die hat's gemacht. Oh, mein, der will dir kommen. Gabbard hier. Ich habe ein bisschen zu gefährlich gerade. Ich muss auch ganz kurz meine Hand ausschütteln. Boah, die Soul Hearts, die Soul Hearts, die Soul Hearts. Oh, mein Gott. Was? Wir kommen nicht mehr zurück wie behindert. Na gut, der will you. Demon Wing. Ah, wir können fliegen. Oh, mein Gott. Wir können fliegen. Wir können fliegen. Fliegen. Alter, wir sind gerade wirklich im Womp, im Bauch? Mein, theoretisch kann ich ja eigentlich mich hier herstellen, oder? Warum nicht? Ist das nicht halt. Ich würde endlich mal dieses Level durchspielen. Sehr schön. Sind da X hier drauf, ich kann es nicht sagen. Was bei der da weg? Krasse Musik hier drin. Okay, darf ich da drauf? Darf ich? Wir haben sowieso keine Bomben. Warum versuche ich hier überhaupt was wegzusprengen? Cures of the unknown. Ah. Komm schon. Na komm. Okay. Boah, wie wenig Leben wir nur haben. Mist. 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 Okay, Lemon Party, nehme ich. Loki, was soll der Mist? Boah, was macht Xabi hier? Das waren doch schon extra Gegner. Hör auf! Junge! Boah! Herzgras Ball! Also, das ist ja glaube ich eine Bossgegner Stage. Hier kommen ja glaube ich nur noch Bossgegner. Okay. Ich mag die nicht. Die sind noch schneller als die anderen. Ich mag die nicht. Boah, können die fliegen? Alter. Dieses Level. Okay, 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 okay. Es läuft nicht schlecht gerade. Ich will aber auch nichts aufbeschwören. Ohne Mist. Ich war noch nie im Bauch. Was irgendwie. Doch, ich war schon mal im Bauch, aber. Nein! Warum denn immer? Es ist immer dasselbe. Oh man. Wir schaffen es so weit. Wir schaffen es immer so weit. Und dann so was. Wir haben die nicht so weit. Untertitelung des ZDF, 2020